ja hallo mein name ist frederick und ich darf heute wieder mal ein decktag irgendeines random legacy tier 5 decks machen ne scherz beiseite tier 4,5 wir beschäftigen uns heute mal mit dem band mentor deck und die meisten die mich kennen wissen also der spielt meistens irgend so eine 3 4 5 farbige control mist quatsch und ja lange zeit war monastery mentor die wind condition im miracles nachdem es jetzt die waning top gebannt wurde eigentlich genau genommen bis das oko irgendwie ein thema wurde im legacy und dann hat man einfach gemerkt so ein 3 3 elch mentor ist einfach irgendwie nicht so gut seitdem ist ein bisschen verschwunden als wind condition im control deck und heute schauen wir uns eine band variante an die eben versucht generell ein wenig aggressiver mit dem mentor das spiel zügig zu beenden und dafür dann aber auch das ein oder andere control element fallen lässt wie immer wenn ich hier so ein decktag mache fangen wir mit der mit normaler base an das macht ja sinn wie immer fangen wir an mit etwas das im legacy format gang und gäbe es nennt sich fetschländer wir spielen hier in dem fall eine prismatic vista vier misty rain forest vier flooded strand also band fetschland basis kann man sagen an der stelle dazu kommen auch wie immer so ein paar snow covered basics genau genommen vier inseln eine plains zwei forests und das ganze wird unterstützt von einem tropical island einer tundra und eine mystic sanctuary hier in der base spielen wir einmal mystic sanctuary bei mystic sanctuary zusammen mit counterbalance ist ein spoiler die kommt auch im deck vor tatsächlich ziemlich gut ist und auch sonst ein paar nette interaktionen mit der einen oder anderen spell based action unserem deck hat und was wir aber auf jeden fall eben hier berücksichtigen müssen dass wir versuchen relativ wasteland proof zu sein es gibt die ein oder andere liste dieses steaks die spielt einfach mit doppelt tropical doppelt und weil mehr bling bling mehr teuer mehr geil sich ein bisschen anders also dann lasse ich lieber mal die option des mystic sanctuary außen vor und fett irgendwie auf die basics aber ich denke in der heutigen zeit ist einfach wasteland proof ein must have im legacy aber darüber kann man sich selbstverständlich streiten etwa die mana base ging ja fix kommen erst mal zur namensgebenden karte zum monastery mentor davon fielen wir spielen vier stück der mentor ist nur 22 für drei mana das klingt erstmal unspektakulär aber der hat halt nicht nur pro west nämlich dass er für jeden non creature spell der gecastet wird 1 plus 1 bis wenn des zuges kriegt sondern der bringt halt auch jedes mal wenn das passiert einen monk token mit der ist 1 1 und hat auch progress um nicht zu sagen das spiel ist dann relativ zügig zu ende das ist gut das ist eine sehr schöne wind condition die natürlich unheimlich gut funktioniert mit einander rein also dem chainen von cantrips aber auch mit gewissen anderen dingen die wir uns eben jetzt mal noch anschauen aber das ist die main wind condition unseres decks dazu spielen wir noch einen uro wir wollen nach möglichkeit relativ sicher sein was den friedhof angeht also wir möchten nicht irgendwie von so einer random nihil spellbomb irgendwie die halben wind conditions genommen bekommen von daher spielen wir auch nur einen uro auch wenn die karte super gut ist aber da möchten wir gerne irgendwie so ein bisschen die threads die wir sie diversifizieren dazu kommt ja überraschung überraschung zwei urus manche spielen drei ich bevorzuge aber zwei in der variante da die machen food tokens und die machen elche tokens for mtg.com die haben hier so wunderschöne food tokens kann ich nur empfehlen wenn man okus spielt dann kann man das auch direkt mit oder dann ist einfach schöner wie das was da aus den packungen kommt von übersatz das sind so letzten endes die wind conditions und aus decks können wir hier so zusammenlegen unter die mentoren was tun wir ansonsten noch wir haben so ein paar lock pieces hate pieces beziehungsweise einfach sonst so wirklich starke karten wir spielen zwei counterbalance im deck die karte zur sense als die weining top zeiten einfach kannte sie jeder mittlerweile ist sie so ein bisschen out of style ich spiele sie sehr gerne daher habe ich sie auch noch in der liste ihr werdet aber auch mentor listen begegnen die die karte nicht mehr spielen ich bin ansonsten identisch deck nur diese karte nicht ich mag sie ich finde sie immer noch toll und ich glaube wenn man weiß was der gegner spielt und wenn man das ein bisschen gut predikten kann und dann ist das einfach eine super gute karte und ansonsten es gibt auch einfach nichts schöneres wie ein gegner der rage quittet weil der blind flip so gut ist grüße gehen raus an den heulen an der stelle dazu spielen wir ein teferi time reveler einfach weil wir damit gegnerische decks ganz schön abschalten können wenn sie irgendwie sehr instant speed basiert sind und wir spielen noch eine silver library weil einfach wenn man grün spielt im legacy dann spielt man eine davon das hat irgendjemand mal entschieden dass das gut ist ist es auch dann haben wir zweimal predict predict synergiert sehr gut mit der counterbalance wenn wir was oben liegen haben dass wir nicht ziehen wollen dann ist predict toll predict synergiert sehr gut mit der silver library weil wir damit eben dann auch sehen was oben liegt und damit prädigten können predict synergiert aber auch sehr gut mit mishwas bubble die wir viermal spielen und damit uns die oberste karte anschauen können das ist auch eine sehr schöne synergie das schön ist aber mishwas bubble synergiert auch sehr gut mit dem mentor weil wenn wir die nämlich legen kriegen wir nämlich einen monk token einen pro west trigger und ziehen am anfang des nächsten zuges eine karte also wie man sieht das ist eine sehr schöne synergie all around im kompletten deck dann meine persönliche entscheidung ich spiele ein engineered explosives weil es in bestimmten situationen ein kostenfreier trigger sein kann aber auch weil wir einfach mit einer dreifarbigen oder mit sflop sogar vier farbigen mana base ein wunderschönes removal für viele sachen haben und dann spielen wir die üblichen bahn sachen wir spielen vier swords de plosiers dazu brauche ich glaube ich nicht so viel erzählen übrigens wenn man gewinnen möchte und hat eins auf der hand kann man auch einfach einen eigenen monk token schwertern um zusätzliche pro west trigger zu bekommen auch sehr gute karte wir spielen drei days weil so ein days protected mentor ist einfach gut wobei die karte natürlich mit vorsicht zu genießen ist da der tempo verlust den wir erleiden wenn wir den turn eins oder turn zwei etwas dazen der ist nicht zu unterschätzen aber wenn der mentor erst mal liegt und wir damit freie tokens kriegen dann ist das schon okay dazu kommen die fünf üblichen hätte ich bald gesagt die fünf üblichen force of will vier stück und ein force of negation das ist der counter spell suit und dann spielen wir zwei arkams astrolabe mehr brauchen wir nicht wir haben ansonsten eine dreifarbige mana base sind da relativ safe auch das astrolabe triggert natürlich den mentor sehr schön zieht eine karte ist aber nicht nicht direkt ein cantrip aber es ist einfach nehmen wir mit und im notfall ist es halt einfach ein 3 3 elk für unseren oku ist ganz in ordnung dazu kommen vier brainstorm und vier ponder da brauche ich glaube ich auch nicht viel zu erzählen die cantrips des format ist und dann kommt eine ganz ganz wunderbare karte dann kommt einmal die sevians reclamation sevians rückgewinnung eine wunderschöne karte mit der wir für drei mana im endeffekt eine bleibende karte aus unserem friedhof wieder ins spiel bringen können sie hat noch flashback dann können wir sogar zwei zurückbringen das schöne ist sie bringt die mentoren zurück sie bringt den teferi zurück sie bringt die okus zurück sie bringt die counterbalance zurück sie bringt eigentlich alles zurück sie bringt die silver library zurück alles zurück was in unserem deck ist das uns in irgendeiner form helfen kann wir haben nichts im deck das sie nicht zurück bringen kann an online permanence das ist schon ziemlich strong so dass was main deck und im sideboard haben wir dann wahrscheinlich auch die für die meisten üblichen verdächtigen das schauen wir uns jetzt auch mal an der stelle wir haben zwei terminus bekannt aus dem miracles deck das ist einfach gegen die ultra aggressiven oder auch gegen die bord flattenden kreaturen decks sehr sehr gut wenn man dann den terminus reinborden kann als zusätzliches removal an der stelle wenn der mentor mal nicht stark genug ist das ist sehr gut wir spielen gleich zwei rest in peace als graveyard hate in weiß unterwegs ist wie gesagt also unser eigenes deck ist davon relativ wenig betroffen wir haben eine mystic sanctuary wir haben einen uro und wir haben die servians reclamation also drei karten im deck die in irgendeiner form friedhofs basiert sind dem rest ist es relativ egal von daher können wir die guten gewissens spielen ohne uns selber zu behindern dazu kommt um eine surgical extraction als graveyard hate die eben auch gegen removal heavy control decks ziemlich gut ist dazu kommt eine arschiog dream render die nicht nur graveyard reduziert des gegners sondern im endeffekt auch das durchsuchen minimiert sehr gut gegen doomsdavis aktuell einfach das combo deck des formates ist und ich persönlich spiele seit gp bologna im anti graveyard slot immer noch eine return to nature weil wir gleichzeitig einfach auch noch artefakt und enchantment removal haben und seit ich damit mit zweimal gegen die animator gewonnen habe weil die nicht damit gerechnet haben ist es für mich einfach eine karte man sagen muss es gibt keinen anderen grunden ein anderes enchantment oder artefakt removal zu spielen das nicht gleichzeitig auch noch gut gegen graveyards ist ich bin ein containment priest einfach weil green sun zenith aktuell auch eine karte ist im format wir damit aber auch show und tell sehr sehr behindern können wie die sneak attack abschalten und gleichzeitig eben auch reanimator also sehr kreaturen basiertes gutes removal gegen all diese decks removal aber hate piece dazu kommt ein meddling mage für die combo match ups in der auch dort namensgebende karten gerne mal abschalten kann wie show und tell wie aber eben auch doomsday oder ähnliches dann haben wir zwei ich lege aber beide hoch der mark hat jetzt immer nur eine hinlegen das mache ich jetzt absichtlich zwei back to basics an der stelle weil non standard land ein thema ist an der stelle und weil man ja auch in irgendeiner form gegen diesen ganzen cloud post mit hallo ferit da gegen diese ganze cloud post gewinnen muss kann man die auch mal ruhig mitnehmen und dazu kommen dann noch zwei whale of summer um den eigenen mentor zu schützen gerne vor abrupt decay oder ähnlichem und das ganze unterstützt von zwei carpet of flowers gegen die snow control decks weil wir damit eben mengen mana machen können die uns erlauben relativ früh einen mentor zu spielen und gleichzeitig auch noch protection offen zu halten das ist ein nicht zu unterschätzender fall dass wir da einfach so viel mana mit gewinnen dass wir das spiel sehr sehr gut kontrollieren können oder auch dann schnell beenden können ja denke damit ist eigentlich fast alles gesagt das deck spielt sich relativ straightforward mentor und dann tokens produzieren und dann habt dafür tatsächlich nicht ganz so grind fähig wie die wie die five color four color snow control decks also man ist schon sehr zugeschnitten auf diesen gameplan aber auf der anderen seite wenn man schon mal mentor gelegt hat der in irgendeiner form mit days protected wird und man dann auch noch mit der counterbalance spielen kann und das funktioniert das ist magic dann an der stelle würde julian knapp sagen ja wenn ihr fragen dazu habt dann meldet euch schreibt sie in die kommentare ich versuche es zu beantworten und ansonsten bis zum nächsten mal schreibt sie in die kommentare ich was